Sieht man mal wieder nicht, wie stark es hier regnet, aber es regnet ziemlich stark, also sozusagen furchtbar stark. Aber wir sitzen trocken an einem Bahnhof in Bozen. Südwärts, Verona, schaut das Wetter gut aus, also werden wir uns jetzt mit dem Zug wieder ein Stück südwärts begeben, weil da wird es in den nächsten Tagen weiter regnen, weiter regnen. Also auf in Richtung Rovareta haben wir jetzt an gedacht, da schaut es ganz gut aus.